Hallo und willkommen zu einem kleinen Anleitungsvideo. Es soll hier um die Dokumentvorlagen gehen. Dokumentvorlagen speichern die Einstellungen, die Eigenschaften, die wir einem Seitenobjekt gegeben haben, in einer Datei, die sich jederzeit aufrufen lässt und füllen lässt. Also Dokumentvorlagen sind eine Art Formulare. Fangen wir gleich an. Mit STRG N erzeuge ich ein neues Dokument. Und dieses Dokument bearbeite ich kurz. Seiteneigenschaften quer ausgerichtet A4 1, Tabulator-Taste 1, Tabulator-Taste 1, habe ich also alle vier Ränder geändert. Spalten brauche ich 3 für meinen Flyer. Zwischen den Spalten soll ein Abstand von 2 cm eingehalten werden. Automatische Spaltenbreite sorgt dafür, dass das alles gleich verteilt wird. Ok. So, jetzt hätte ich hier also ein Flyer-Dokument, eine Flyervorlage und ich möchte die natürlich speichern, weil ich das nicht immer wieder machen möchte. Also gehe ich auf Datei, Dokumentvorlage, als Vorlage speichern. Hier kann ich jetzt mir einen Bereich aussuchen, zum Beispiel alle Vorlagen oder für spezielle Zwecke mir einen extra Bereich einrichten. Gehe ich auf Speichern und gebe dem Dokument der Vorlage jetzt Flyer A4 quer dreispaltig einen aussagefähigen Namen und abgespeichert habe ich jetzt eine Vorlage, die ich immer wieder füllen kann. Also fülle ich jetzt dieses Dokument, speichere das zum Beispiel ab, erhält es ja einen anderen Namen, will ich einen neuen Flyer machen, erzeugen. Dann kann ich das auf unterschiedliche Weise tun. In der Regel muss ich also auf jeden Fall dann hier, will ich meine Vorlage verwenden, in die Vorlagen gehen, öffnet sich dieses Fenster. Hier finde ich dann meine Vorlage und Doppelklick öffnet ein neues Dokument. Wir sehen es hier, unbenannt. Das heißt also, ich überschreibe kein vorhandenes Dokument, sondern ich habe ein leeres Formular, das ich jetzt hier einfach ausführen kann. Andere Möglichkeit besteht also darin, ich schließe mal das Dokument, schließen ohne zu speichern. Nochmal schließen ohne zu speichern. Dann komme ich hier in die, in das Menü, in das Startmenü. Auch hier habe ich die Vorlagen sofort zur Verfügung. Kann also hier die Vorlagen aufrufen. Kann hier, da sehen wir schon alle Vorlagen oder die mit bestimmten Gründen. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier. Hier habe ich Tabellenvorlagen, kann ich die auch speziell hier aufrufen. Präsentationsvorlagen, Zeichnungsvorlagen, Dokumentvorlagen. Hier kann ich neue Ordner erstellen, im Sinne von also für einen bestimmten Zweck. In der Regel reicht der Ordner meine Vorlagen auf jeden Fall aus. Der Ordner meine Vorlagen ist in dem Fall leer. Gehe ich zurück auf alle Vorlagen. Hier habe ich ja meine Flyervorlage gespeichert. Öffne ich die jetzt hier und kann einfach damit arbeiten. Das heißt also, ich kann für jedes Dokument, das einem bestimmten Zweck dienen soll, das vorher einrichten. Ich kann das Dokument als Vorlage speichern und kann dann die gespeicherte Vorlage als leeres, einfaches, leeres Dokument, das noch nicht gespeichert war, einfach aufrufen, füllen und werde das dann abspeichern. Wenn ich das gleiche in anderer Weise mache, dass ich das Dokument also abspeichere, dann hier reinschreibe, laufe ich immer Gefahr, dass ich ein vorhandenes Dokument überschreibe. Dieses Dilemma vermeide ich hier natürlich. Übrigens kann ich eine solche Vorlage auch als Datei abspeichern. Dann gehe ich also auf Speichern unter und wähle beim Dateityp hier aus ODF Dokumentvorlage. Wir sehen hier die andere Endung. Also Dokumentvorlagen bzw. Textverarbeitungsdokumente mit der Endung OTT sind Vorlagendokumente. Die haben also keinen eigenen Namen im Sinne von, wenn ich die öffne, dann kann ich sie ausfüllen, kann was reinschreiben und kann sie dann, wenn ich sie abspeichern will, bekomme ich den Hinweis, du hast das noch nicht gespeichert. Speichere das bitte jetzt unter einem anderen Namen bzw. sonst überschreibst du hier ein Dokument. Den Hinweis bekomme ich zumindest und dann diesen Fehler kann ich vermeiden. Auf diese Weise kann ich also jetzt hier auch zum Beispiel in diesen Ordner Dokumente jetzt mir hier die Vorlage für den Flyer A4 quer dreispaltig als Vorlagendatei abspeichern. So und jetzt habe ich eine Datei mit dem Namen OTT. Das ist eine Vorlagendatei. Wenn ich jetzt das hier schließe, zack, dann kann ich natürlich auch die Datei öffnen. Hier haben wir es. Und wenn ich die öffne, bekomme ich hier eine unbenannte Datei. Und wenn ich jetzt das erste Mal, dann werde ich aufgefordert, dieser Datei einen Namen zu geben. Ich kann also nicht versehentlich vorhandene Daten in Dokumenten überschreiben. Das Ganze funktioniert also wie als wenn man sich Formulare für verschiedene Zwecke zurecht legt und die dann als Vorlage einfach öffnet. Ihr seht, ich habe hier noch weitere andere Vorlagen, zum Beispiel Kurztests, Arbeitenvorlagen und so weiter. Es gibt auch Vorlagen für andere Zwecke, Tabellendokumente und so weiter. Also mit diesem Werkzeug solltet ihr euch unbedingt beschäftigen. Es ist sehr hilfreich und man muss also nicht immer wieder die ganzen Einstellungen für ein Dokument vornehmen, wenn man ein neues leeres Dokument dort verwenden möchte. Viel Spaß beim Ausprobieren!